daily bügel können wir probieren wir nicht mal okay können wir gerne wir können ja okay dann wollen wir mal nächste runde nächstes bricht du hättest so machen können dass bern verliert indem du ihn einfach nicht ja das stimmt oh man hier ist kein hier ich habe schon pizza pizza ist op ja hat man bei dir gesehen man ich hab noch gar nichts ich merke schon das ist genau meine runde ja ja das wird das wird meine runde leute eindeutig pizza ist echt krass ich habe eine graue pistole bist du das mit dem spider-man ok kriege gleich angst ja ok oh mein gott ist das gut oh ja ich habe es gefunden was schönes was auch eine angel gefunden nein aber was anderes ach niemand ist so gut wie ich in dem modus jetzt habe ich lange gefunden sicher kann ich mich mit camp aus das mache ich doch jede runde oh ja bringt ja aber nichts er macht ja nur ja aber jetzt für den anfang schon mal ja ich würde jetzt am anfang gar nicht abbauen für für die sohn nachher oh nein wir würden schon von der ersten so und der mich bekommen oh ja aber ich habe diesmal nicht so viel das ist nicht ganz so gut oh das ist überhaupt nicht gut aha das ding ist halt irgendeiner hat das haus angezündet wahrscheinlich zärtlich aber es erhebt mich ja nicht komm ja wichtig ich glaube ich troppte das item hier sogar gleich das wird schön zerstört ich sag euch ehrlich ich mach jetzt so den ehrenlosen oh ein raum weiter und du hättest ne pizza bekommen nein war das knapp die wird geklaut ich mach gleich den ehrenlosen mann das ist gut das ist gut ich hab eins ich hab schiss dass ich gesnackert ich empfehle dir ich empfehle dir dich von nico fernzuhalten hm ja werde ich auch machen ja ich kann nicht zu euch kommen hm biggie ihr öffnet halt die spiderman dinger nicht ich habe sechs madgids mann ja du hast eins geöffnet ich habe jetzt schon zwei geöffnet und habe daraus aus beiden madgids bekommen ach jetzt hätte ich die angel gebraucht schön alle zählte kaputt machen die ich finde na ich hab schon welche ok NEIN ich bin aber wirklich nicht dumm für dieses spiel aber halt sobald man ein ding hat kannst du ja neu machen wer probiert mich anzuzünden ja oh den muss ich mir irgendwie schnell alter was geht denn bei euch ab ich hab probiert mich anzuzünden aber ich kann halt gar nicht mehr da drüber da drinnen oh äh hast du gescannt? ist da ein gegner oder so? äh ja oh 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 hier sind gegner oh oh ah was machen die noch hier? die zone kommt gleich ich bin weg tschüss ich bin grad noch am überlegen was schlauer ist ich bin grad noch am überlegen was schlauer ist die gegner bei euch bestreite ich jetzt ja aber ich komme jetzt zu dir damit sie zu dir kommen oh man das ding hier müsste ich noch aufmachen was ist das? ich bin noch am überlegen was ich machen soll aber oh ähm wo ist der trick? ja gut der zettkist da oben da müsste ich eigentlich hin einfach profi mit mir oah ah nico esse deine pizza jetzt schon gute idee ja natürlich esse ich die jetzt schon ich hab auch gar nicht die Stücke raus damit die sie nicht nehmen könnt achso sah so aus als hättest du sie gegessen nein ich hab das ding gemacht so jetzt geh ich da wieder hin komm gönn noch was irgendwas schönes ah ich müsste eigentlich wir machen das so rum retten sie mich hinterher man ich hab selber keine Pahnen wo ich kein Plan keine Plan ich weiß aber ich hab ne Harpune gehen die Zelte kaputt im Sturm? Selte ich kann da Sachen editieren ja gehen sie oh man ist das neu? das war schon lang so du musst hier immer wieder du musst immer neue kaufen du kannst bei einem Zelt auch ein neues Zelt kaufen toll ja das war's komplett mit meinem Zelt schade ich glaub ich mach das jetzt so so nein 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 oh jetzt geh ich hier auch nochmal lang ja ich konnte voll Schaden bekommen ich ich nein 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 das wär jetzt so mies gewesen ich hätt so gelacht er 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 Nein, hier wird niemand genähert Doch Ey Ja, ich hab sie noch bekommen Ich hab sie noch bekommen Haha Haha So, wo hab ich jetzt das dumme Dinge hingetan Von Nico muss ich mich in Acht nehmen Vielleicht kann ich zu dir kommen So, hallo Haha Tschüss Ich hab Angst vor dir Au Was ist denn Cedric In der Zone, wieso In der Zone, ja Hier bin ich Oh Wichtig Was hast du gefunden? Zwei Slurpfische Oh Hä, warum hat er jetzt zwei Slurpfische bekommen? Na, Harpune Hä, Harpune Oh, was haben wir denn hier schönes vergessen? Na, war eh nur Dreck drin Ey Na, Sachen editieren, gell? Hallo, lassen sie mich in Ruhe Ich hätte irgendjemanden Mais liegen lassen Oh ne, du klärt mich einfach Ey, du bist aber auch Sehr ehrenlos Ja Haha Ignorier Luki Einfach Wie er mir hinterher rennt Ja, ja Ja, irgendwann wird deine Harpune alle sein Ich hab zwei Oh Yo Er hat Er hat Er hat Er hat mehr Vorbereitungen gemacht Uns zu nerven Stolze Ja Ey, wieso? Das ist meine Taktik Ich hab voll viele Fische Du, du bist so ein Stück Bernd kann sich halt grad nur mit Fischen heilen Ja, und ich hab keine mehr Sehr gut Ja Ach, scheiße Vielleicht hat Bernd auch noch nen Spray, hm? Ey, du weißt doch, dass ich nicht editieren kann Das weiß ich nicht, aber egal Ja Jetzt weiß ich Ey, oh, ich find's dumm Hahaha Ui, da war ne Oh, hier liegen noch zwei Hier lagen noch Fisch von der Nico Warte mal ganz kurz Ja, so'n kleiner Grauer Ja Schildfisch Ehrlich? Hm, ne, der war nicht von mir Ne, aber ich hab ihn bekommen Ja Wenn Nico stirbt, nicht Nein, würde ich niemals machen Boah Ich hab's auch gespielt Ja, du, du ärgerst ihn aber auch die ganze Zeit Ja, okay Ich dachte grad, wo sie meine Zappler Oh, ich hab's geguckt Keine Sorge Komm Ja Der Glücksgott ist auf meiner Seite Du Arschloch Ah, scheiße Ich hoffe einfach, da hielt die Screen Life Nein Oh, oh Was? Oh, haha Ich wusste nicht, dass der für Sprühleife fehlt Sehr gut, jetzt wird nicht mehr genervt Der hatte gar kein Deal mehr Der hat doch medkits Hat doch medkits Das war gefühlt Mein ganzer Inventar von mir Hab ungemacht Ja Er wurde zum Er hat gegönnt Ja Der Drick, wieso baust du dich mit Panzerwenden ein? Wahrscheinlich kommt jetzt noch ein Gegner vorbei Nö, aber Bernd kommt vielleicht mit einer Angel oder so Ich doch nicht Okay Nico, was denkst du, wer macht's? Äh, war ich keine Stimmt, ich keine Punkt Ist ja dringend Auf alle Fälle Okay Ah Sei nur an, er ist jetzt nur noch Starfish oder so Hat er noch so viel hier? Mhm Sechs medkits, ein Fisch und irgendwas liegt noch auf dem Boden Ach du Okay Ich hab sieben medkits Da sehe ich mich dann eher nicht so Ja gut, das gewinnt der Save Ich hab nur noch ein Item Das Item ist gut, was du bist Aber ich hab ja, ich hab Gutes Jetzt hab ich wieder zwei Nehmen wir den Knochen, Fisch, gell? Ja, aber das ist nur ein Schiff Oh nein, das war zu spät Oh nein Ey, ich hätte noch ne ganze Pizza gehabt Du hast noch ne Pizza gehabt? Ne ganze, aber ich hab zu spät, weil er plötzlich mehr Hits gegeben hat Ja gut, das war's, kommt jetzt Ja, ich hab abgebrochen auszusehen Ich wollt grad wechseln Aber trotzdem Erster geworden, also passt Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal.